Ja, ganz herzlich willkommen, guten Tag zusammen zu unserer Pressekonferenz vor dem Spiel morgen gegen den SV Sandhausen. Ich darf erstmal wie gewohnt unsere Runde vorstellen mit dem Sportmanager Andreas Müller, mit unserem Co-Trainer René Keffel und unserem Trainer Hans-Jürgen Beusen. Wir wollen, bevor wir gleich auf das Spiel gegen Sandhausen eingehen und deshalb ist auch René Keffel heute aus aktuellem Anlass bei uns eine Verpflichtung für die neue Saison vermelden. Und zwar haben wir den Nachwuchsteuter Maurice Paul für die nächste Saison verpflichtet und alles weitere dazu jetzt vielleicht erstmal ein paar Worte über ihn, auch von unserem Sportmanager Andreas Müller. Ja, es gibt einen Neuzugang für die kommende Runde für die Saison 2009-2010. Wir haben uns entschieden, auf der Torwart der Position ein kleines Experiment durchzuführen. Das heißt, der dritte Torwart wird nächstes Jahr der Maurice Paul sein. Er spielt aktuell bei Eintracht Frankfurt in der U17. Er ist 17 Jahre alt und er wird von Eintracht Frankfurt zu uns wechseln. Nächstes Jahr wird er als dritter Torwart in den Profikader dazustoßen. Ja, es ist ein junger Kerl, der noch sehr entwicklungsfähig ist, ein großes Torwarttalent. Wie wichtig die Torwartposition ist, das hat man ja auch hier im fast abgelaufenen Jahr gesehen mit Robert Wulnikowski. Das ist eine wichtige Position. Und ja, der Maurice Paul ist, wie gesagt, ein Talent, hat mehrere Angebote ausgeschlagen, die er hatte, hat sich für den OFC entschieden. Ja, seine sportliche Perspektive sieht er hier beim OFC. In welcher Mannschaft er spielen wird, das wird der Trainerstab entscheiden. Ob das die U19 nächstes Jahr sein wird oder die U23, das müssen wir mal abwarten. Natürlich schauen wir natürlich auf die momentane Situation der beiden Teams auch, die ja beide so ein bisschen im Abstiegskampf noch stecken. Und ja, ich denke, das ist auch wieder ein Zeichen vom OFC, ein Zeichen für die Zukunft, dass der OFC für Talentförderung steht, dass er auf die Jugend setzt. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass sich der Maurice Paul für uns entschieden hat. Der René Keffel ist hier heute mit dabei, weil der René da auch einige Auskünfte noch darüber geben kann. Der René hat den Maurice Paul einige Jahre schon in seiner Torwartschule begleitet. Und ja, wir werden, wir sind da sehr froh darüber, dass es sich so entwickelt hat. Und wie gesagt, das ist auch ein Zeichen wieder nach außen, dass wir wirklich auch auf die Jugend setzen. Und ich denke nicht, dass das Alter entscheidet hier, sondern die Qualität. Und wir sind von dem Jungen überzeugt, dass er seinen Weg machen wird, dass er mal ein guter, ein großer Teuter werden kann, wenn er weiter so ehrgeizig seine Ziele verfolgt. Ja, danke schön, Andreas Möller. Er hat es ja gerade schon gesagt, René Keffel ist mit dem Namen auch durchaus schon länger vertraut. Vielleicht kannst du auch noch ein paar Daten über ihn sagen und wie lange schon die Verbindung ist, wie lange ihr euch schon kennt. Ja, auch ich möchte euch oder sie herzlich begrüßen erst mal. Bevor ich dann für Fragen zur Verfügung stehe, möchte ich einfach noch ein paar Daten geben über den Maurice. Der ist am 3. Februar 1992 in Dieburg geboren worden, ist 1,88 Meter groß, 76 Kilogramm schwer und besucht die Hohe Landesschule in Hanau. Er macht dort sein Abitur. Ich begleite den Maurice jetzt seit 5 Jahren, speziell in meiner Torrotschule. Und bei ihm war es recht früh zu erkennen, dass er mit einem sehr großen Wille, sehr großem Ehrgeiz ausgestattet ist. Und schon relativ früh fest seine Ziele festgelegt hat und die auch konsequent verfolgt. Ich bin der Überzeugung, dass der Maurice absolut in der Lage ist, nächstes Jahr hier unserer A-Jugend oder unserer U23 zu helfen. Und er wird logischerweise auch, so oft es geht, bei uns im Training dabei sein. Und dann wollen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wie gesagt, für Fragen stehe ich dann nachher noch mal gern zur Verfügung. Ja, dankeschön, René Käffel. Und abschließend dann vielleicht auch noch ein Satz von unserem Trainer Hans-Jürgen Beusen. Ja, am besten fängt man, wenn man am Kader bastelt, von hinten an. Und somit haben wir mit Daniel Endres, unserem Robert Bündikowski und nunmehr mit dem Maurice Paul drei Torhüter, die in der kommenden Saison immer regelmäßig im Trainings- und Spielbetrieb stehen werden. Und somit auf der Torhüterfrage auch der Deckel drauf ist. Es ist sicherlich richtig, dass er ein sehr junger Torhüter ist, aber er besitzt nicht nur die Qualität und die Größe, sondern wir haben eben wirklich auch das Können, um den frei werdenden Platz oder diese Lücke zu schließen. Denn ich habe mit Thomas Wiener gesprochen und ihm signalisiert, dass wir den Vertrag mit ihm nicht mehr verlängern werden, sondern halt eben diesen Weg des jungen Torhüters nachzuziehen gehen werden. Somit kann er sich rechtzeitig neu orientieren. Und zu Thomas Wiener gilt es auch zu sagen, dass er einen sehr guten Job gemacht hat, als wir doch einige Probleme hatten Anfang der Saison, insbesondere mit Daniel Endres mit seiner Verletzung. Er hat diese Lücke nahtlos gestopft, er hat sich auch sehr gut weiterentwickelt. Aber er fällt jetzt dann halt eben auch aus der U23-Regel heraus. Das ist ein Ansatz. Und zum anderen haben wir halt eben jetzt die Möglichkeit gesehen, ein großes Talent heranzuführen, bei dem auch ich davon überzeugt bin, dass er seinen Weg gehen wird, den Weg in den Profifußball. Und obwohl er natürlich sehr jung ist, ist es für mich kein Experiment. Er wird es packen und diese Torhüterfrage damit abschließend geklärt haben. Wir werden versuchen, diesen Weg jetzt natürlich in den nächsten Wochen so fortzusitzen, dass wir über die Abwehrreihe, über das Mittelfeld und in die Spitze, egal jetzt in welcher Reihenfolge, aber halt eben dem Kader für die neue Saison auch Stück für Stück ein Gesicht zu geben. Aber Sie können sich die Nachfragen sparen, wer wo war es, sondern wir werden es so tun wie jetzt mit Morris Paul. Wenn es denn so weit ist, werden wir ein rechtzeitiges Signal geben. Und ich denke, da sind wir alle bisher gut gefahren und sind auch gut beraten. Und ich freue mich, dass der Morris trotz der sehr interessanten Anfragen auch aus dem Profilager sich für Kikers Offenbar entschieden hat. Gut, Dankeschön erstmal und dann würde ich sagen, knüpfen wir daran jetzt gleich an und schauen auf das Spiel morgen gegen den SV Sandhausen. Was erwarten Sie sich von diesem Spiel?